Hallo, hallo beim Impuls-Sender. Wir sind heute wieder zu dritt da und ich begrüße den Phil. Hallo. Und dann begrüße ich noch den Ben. Hallo. Und ich bin der Tim. Und wir reden heute wieder, wie es die Tradition so will, über einen Film. Beim Impuls-Sender. Was knallt da so? Ich bin gegen das Mikro gekommen. Cool, oder? Cool. Ja, jetzt nicht mehr. Ich habe gerade gesagt, wie es die Tradition so will, über einen Film. Das stimmt ja gar nicht. Wir haben ja auch schon über Serien geredet im Impuls-Sender. Aber heute ist es schon wieder ein Film. Und zwar... Halt eine andere Tradition. Das ist eine andere Tradition. Und zwar haben wir ja gesagt, wir machen immer abwechselnd einmal eine Folge Impuls-Sender, einmal eine Folge Kurzwellensender. Deswegen hier auch nochmal ganz kurz Werbung für den Kurzwellensender. Das ist unser neuster Podcast, in dem wir gerade über die, ich hätte fast gesagt erste Staffel, aber über Watchmen reden. Es gibt ja ja nur eine Staffel. Und genau für solche Fälle ist der Kurzwellensender nämlich da für Serien, die kurz sind. Deswegen Kurzwellensender und ja, wir sind jetzt schon so bei Folge 4. Hört mal rein, wenn ihr wollt. Oder wenn ihr das hier in fünf Jahren hört, dann sind wir natürlich sowieso schon fertig. Also ist das eigentlich Quatsch zu sagen, wo wir gerade sind. Aber hört rein. Wenn euch Watchmen interessiert, beziehungsweise das, was aus dem Watchmen-Universe gemacht wurde, das ist ja wohl nicht ganz unumstritten. Ich kann aber nichts Negatives bis jetzt feststellen, weil ich das Watchmen-Universum nicht kenne. Darum geht es jetzt auch gar nicht. Genau, zurück zum Impulssender und wir reden heute über einen Film aus dem Jahr 2015 und der heißt Ex Machina. Ich glaube, wir sind der 187. Podcast, der über diesen Film redet in Deutschland. Aber egal, den gab es gerade umsonst. Wir sind bestimmt der einzige, der heute aufgenommen wurde. Mit Sicherheit, ja. Ja, einzigartig. Ex Machina kommt ja vom Wort Deus Ex Machina oder wie man in Bayern sagt, Phil, Deus Ex. Grüß Gott. War das nicht Bayern, die in Latein das CH immer wie K aussprechen? Also in Bayern würde man doch sagen Deus Ex Machina, oder? Das weiß ich nicht, weil ich war ja nicht in Bayern auf der Schule. Ich bin ja nur hergezogen. Ja, du bist ja zu kraster. Ich bin ja Badener. Das stimmt, okay. Also in Bayern sagt man wohl, spricht man in Lateinischen wohl die CH-Laute wie K aus. Da sind die Bayern immer ganz stolz drauf und die behaupten auch das war so gewesen. Die haben offensichtlich... Die sind das ja bestimmt besser, weil die sind ja näher an den Italienern dran. Nun, die haben Tonbandaufnahmen aus Wachstafeln. Genau. Aus der römischen Zeit. Genau. Ich bekenne sie nicht. Also, wie man sagt, was will, der Filmname Ex Machina kommt aus von Deus Ex Machina oder Deus Ex Machina Gott aus der Maschine. Und wisst ihr denn, was das eigentlich bedeutet? Ja, das ist so ein, ich weiß es nur grob, so ein Stilmittel aus Theaterstücken, oder? Finde ich korrekt. Ja. Und zwar aus dem griechischen Theater schon, also klassisches, griechische Klassik. Denn da wurde eine Person an einem Kran auf die Bühne gezogen, wenn das Drama sich in eine, ja, Nische verwandelt hat, wo nichts mehr zu retten war. Also, wenn man Tolkien wäre, würde man die Adler schicken. Aber da hat man dann sozusagen einen Gott auftreten lassen, weil die Griechen hatten es ja sowieso mit Göttern und die waren ja auch personifiziert und deswegen haben sie die dann einfach mit so einem Kran schweben lassen. Und deswegen gibt es diese Wendung Deus Ex Machina. Ich habe das tatsächlich im Deutschunterricht gelernt an der Schule, weil wir Trivial-Literatur besprochen hatten und da gibt es den sogenannten Deus Ex Machina-Effekt, der eben genau bei so einer, ja, eigentlich unlösbaren Situation irgendetwas auf den Plan ruft, was dazu führt. Ach, Gandalf, Gandalf und die Reiter von Rohan. Ja, zum Beispiel, ja, oder die Adler eben. Genau, ja, und witzigerweise ist das dann nur die Hälfte dieses Ausspruchs. Es gibt auch Deus Ex, das ist ein kompletter Spiel, das ist die andere Hälfte. Der Film ist von Alex Garland, Alex Garland, der sein Regie-Debüt damit gefeiert hat. Und der war oder ist auch noch zusätzlich noch Autor, also Schriftsteller und hat in den 90er Jahren The Beach geschrieben. Also nicht das Drehbuch, sondern den Roman tatsächlich. Das ist ja später. Hab ich nur über den Film was mitbekommen. Genau, das ist ja später mit Ebenad und Kappio verfilmt worden. Fand ich jetzt auch nicht so schlecht den Film. Ist auch, ähm, zwiegespalten da, das Fandom, sag ich mal. Aber ich fand den nicht schlecht. Aber ich find Alex Garland hat, also zumindest bei mir, dafür, dass er nur so wenige Filme als Regisseur gemacht hat, hat er irgendwie gut Eindruck hinterlassen. Also ich mein, das ist jetzt auch kein, kein unbeeindruckendes Erstwerk. Ne, das stimmt. Ne, das stimmt. Aber ja, weil ich seh jetzt sonst als Regisseur nicht so viel Annihilation noch. Ja, das war ja der Netflix-Film, gell? Genau. Ja. Mit Natalie Portman, oder? Mhm. Ja. Und auch wieder, ähm, Oscar Isaac war da doch auch dabei. Echt? Ja, stimmt. Der hat den Ehemann gespielt, der verloren gegangen ist. Ach so. Ansonsten hat er ja eigentlich eher so die Schreiberrolle inne gehabt. Oh ja. Du meinst jetzt Alex Garland? Ja. Genau. Genau. 28 Days Later hat er geschrieben. Richtig. Das ist, äh, cool. Das ist doch, glaub ich, so ein Zombie-Horrorfilm, oder? Mit so einem Virus, wo alle zu Zombies werden. Keine Zombies, sondern die Leute drehen einfach durch. Ach so. Und prügeln alle tot. Okay. Ja. Ja. Aber hier jetzt... Und Dread, der hat die Neuverfügung von Dread geschrieben. Die fand ich auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Okay, die hab ich auch nicht gesehen. Oh, etwas für die Liste. Also über den kann man schon reden. Ich fand den nicht schlecht. Ich kann nicht über ihn reden, weil ich keine Ahnung hab, worum es geht. Aber... Aber Judge Dread kennst du, oder? Nee. Mit Sylvester Stallone? Nee. Oh. Phil. Ach, das sind immer so Momente, da wird Ben ganz ungläubig. Ja, ich hab den gesehen. Beide? Ja. Ah. Ich kenn nur Terminator mit Sylvester Stallone. Ah, ich verwechsel die immer, weil die im Deutschen die gleiche Synchronsprecher haben. Ja, das war doch nicht Sylvester Stallone, Mann. Das war Will Smith. Ich liebe Shetner. Ja. Will Smith, okay. Will Smith. Gut, also Alex Garland, der hier sowohl Regie als auch das Drehbuch geschrieben hat. Also ein Autorenwerk, kann man sagen. So ein Hund. Und das Ganze ist auch ein Independent-Film, wurde von dem Studio A24 vertrieben, was ja solche Independent-Filme vertreibt. Wir haben zuletzt auch The Lobster, ja, besprochen, das war auch vertrieben von A24 oder A24. Ja, hat ja auch einen richtig kleinen, also wenig, wenig, wenig Schauspieler der Film und die hat ja jetzt auch nicht 20 verschiedene Sets. Nee, es ist ein Kammerspiel, kann man schon mal sagen. Es spielt alles sehr in einer kleinen Umgebung, die aber ziemlich beeindruckend gewählt ist, finde ich. Aber genau, sehr auf eine Szenerie fokussiert. Und ja, die Besetzung besteht irgendwie aus fünf Leuten, glaube ich. Davon sind eigentlich drei oder vier wirklich relevant. Genau, Oskar Isaac hatten wir ja gerade schon genannt. Der ist ja mittlerweile, glaube ich, gut bekannt. Der spielt Nathan, man weiß gar nicht, wer mit Nachnamen heißt. Wie ich gerade sehe, man weiß, wie niemand mit Nachnamen heißt. Nathan ist so eine Art, sowas wie so ein IT-Mogul oder so ein, ja, wie heißt er denn? Ja, sowas wie Steve Jobs oder von Facebook hier. Er ist halt so ein IT-Chef. So eine typische US-Firma wahrscheinlich. Das wird nicht gesagt, aber. Ja, aber als so ein mega reicher. Internet-Mogul. Genau. Und der spielt den und dann gibt es. Moment, beim letzten Mal wusste ich es noch, wir hatten uns ja das Video eingeguckt. Das M spricht man nicht. Richtig. Donal Gleason. Weil der hat nämlich so ein YouTube-Video gepostet oder irgendwie ist es veröffentlicht. Da hat er gesagt, the M is only there to confuse the Americans. Also Donal Gleason. Sehr schön. Da hat er geschrieben, Dom-nel Gleason, aber gesprochen Do mit O-H, also langes O, Donal und ohne D, sonst wie Donald. Gleason, genau. Der Sohn von Brandon Gleason. Ich glaube, wir hatten noch keinen Film, wo einer von den beiden vorkommt. Doch, klar, Star Wars. Wir haben noch einen genannt, tatsächlich. Dommel Gleason, der hier, der Vater hat in 28 Days Later eine der Hauptrolle gespielt. Ah, okay. Der war der Vater der Taxifahrer. Aha. Okay. Und Star Wars natürlich, Donald Gleason. Überhaupt, das ist so ein Film, der ist direkt nach Episode 7 rausgekommen, glaube ich. Müsste auch 2015 gewesen sein, oder? Ja. Auf jeden Fall scheinen die beiden so im Doppelpack gekauft worden zu sein. Die kannten sich ja schon. Und dann gibt es dann noch... 2015 war ein gutes Jahr für Donald Gleason. Auch, weil da kam auch The Revenant raus. Da hat er auch eine große Rolle gehabt. Ja, passt gleich mal auf bei Alicia Vikander, wie er es nie alles 2015 gemacht hat. Okay. Aber erst nochmal ganz kurz Donald Gleason, wir haben nämlich den Namen noch nicht gesagt. Caleb ist der Name. Und das ist ein Angestellter in dieser Firma von Nathan, also ein junger Programmierer. Dann gibt es Ava. Also nicht Eve, wie Eva, sondern Ava. Gespielt von Alicia Vikander. Und da habe ich gesehen, die hat 2015, ich glaube, vier oder fünf Filme gemacht und bei einem sogar einen Oscar gewonnen. Eins, zwei, drei, vier, fünf in 2015. Und ich glaube, für The Danish Girl hat sie einen Oscar gewonnen. Ansonsten hat sie noch gemacht, neben Ex Machina, Codename Uncle. Das ist doch Schwede. Hä? Das war ein Scherz. Ah, wegen The Danish Girl. Codename Uncle, lustiger Film. Fand ich auch gut, ja. Da spielt doch hier der Superman mit, oder? Genau. Henry Cavill. Genau, ja. Fand ich auch ganz gut, den Film. Und dann, die anderen habe ich nicht gesehen. Aber ich wollte ja auch nur sagen, viele Filme in 2015 gemacht. Tomb Raider habe ich gesehen mit ihr. Aber nicht in 2015. Nicht in 2015. Der hat auch eine ziemlich große Filmografie inzwischen schon. Ja. Wo sie jetzt wahrscheinlich ja eher ein bisschen zurücksteckt, weil sie ist ja vor kurzem... Ist sie schon Mutter geworden oder hat sie nur die Schwangerschaft... Nee, sie ist Mutter geworden. Hat sie die Schwangerschaft nur vorgetäuscht, oder? Nee, bekannt gegeben. Ich war mir jetzt auch nicht sicher, aber nee, sie ist ja tatsächlich mit Michael Fassbender verheiratet. Ja, das habe ich auch gelesen, genau. Ja. So, und das war es schon eigentlich an den Hauptdarstellern. Es gibt dann noch eine weibliche Nebenrolle. Kyoko, meinst du? Kyoko, genau, gibt es noch. Gespielt von Sonoya Mitsuno. Die ich tatsächlich nicht kenne. Die hat auch in Annihilation mitgespielt dann nochmal. La La Land hat sie mitgespielt. Okay. Hat der nicht einen Oscar gewonnen? Nicht bis hin. Ich auch nicht. Nee, nee. Keine Ahnung. Ja, das war doch das Jahr. Ich glaube, die hatten den Oscar gewonnen und dann doch nicht. Ach so. War das nicht das? Bei Bekanntgabe der Oscar-Nominierung 2017 folgte die Rekordzahl von 14 Nominierungen und letztendlich Siege in sechs Kategorien. Darunter für Regisseur, Chazelle und Hauptdarstellerin Stone. Ja, aber für besten Film oder was? Ja, ich glaube, da wurde doch irgendwie erst einer bekannt gegeben und dann war es aber doch ein anderer. Okay. Aber vielleicht verwechsel ich das jetzt auch. Das ist ja auch nicht so wichtig. Es geht ja gar nicht um La La Land. Aber ist irgendwie bekannt auch der Film. Ich habe ihn nur noch nicht gesehen. Doch, ja. Ja, natürlich. Der Film mit sechs Oscars. Genau. Bester Film wurde zuerst La La Land bekannt gegeben und dann hat aber Moonlight eigentlich gewonnen. Okay. Und zwar ein bisschen peinlich, weil die alle schon wohl irgendwie auf der Bühne waren und sich gefreut haben. Vielleicht war auch Sonoya Mitsuno auf der Bühne, denn sie spielt hier Kyoko. Der Rest ist egal. Es gibt noch irgendwie einen Hubschrauber-Piloten, der zwei Sekunden dabei ist. Das reicht. Das waren die Hauptdarsteller. Ja. Also der Pilot wird aber tatsächlich von, also jetzt nicht von dem bekanntesten, aber ich weiß nicht, ob das ein Gag ist oder ob der es einfach als Cameo sieht, aber der wird von Corey Johnson gespielt. Das ist eigentlich auch so ein Nebendarsteller, den man gefühlt in jedem Film sieht. Also wenn ihr das Gesicht von dem mal seht auf einem Foto, den habt ihr eigentlich schon gefühlt jedem Film einmal gesehen. Stimmt, aber ich kenne ihn unter dem Namen Dan Aykroyd. Dan Aykroyd vor 20 Jahren vielleicht, ja. Ja, ich sehe es gerade. Okay. Aber gut, man, in dem Film sieht man sein Gesicht ja auch tatsächlich. Genau. Hat auch eine Sonnenbrille auf. Ja. Gut. Ja, so viel zum Cast. Gibt es sonst noch irgendwelche Produktionsnotizen? Ich habe mir sonst nichts aufgeschrieben. Ich kann auch sonst keine Namen. Nö. Dann steigen wir in den Film ein. Moment, eins habe ich noch. Er hat auch einen Oscar gewonnen und zwar für die besten Visual Effects. Und da kann man auch sagen, dass das alles in Live-Action gedreht wurde, der ganze Film. Das heißt, es gibt keine Greenscreen oder Bluescreen-Aufnahmen. Die haben die Szenen, so habe ich gelesen, in der Ava drin vorkommt, zweimal gedreht und haben, weil Ava, ja, erzählen wir dann gleich, Ava hat so Teile von ihrem Körper fehlen und durchsichtig. Und die, da hat man dann eben einmal ohne sie und einmal mit ihr gedreht und dann konnte man diese Post-Production mit dem Computer machen und den Hintergrund eben durchsichtig, also so durchsichtig machen, dass man den Hintergrund überall sieht. Eigentlich ziemlich schlau. Ja. Ja. Also der Film startet ja eben mit Caleb, gespielt von Donald Gleeson. Der arbeitet für, ich habe vergessen, wie sie heißen, also Blue Book. Blue Book, genau. Also so die Suchmaschine, die, keine Ahnung, 97 Prozent aller Suchanfragen weltweit. Genau, also eigentlich Google, aber der Name verweist eher auf Facebook. Blue Book, aber es ist auch irgendwie noch ein Verweis, das sagen sie auch im Film hinterher, auf Wittgensteins blaues Buch, also der hat da auch irgendwie so ein Werk veröffentlicht, was Blue Book heißt. Dafür bin ich nicht gebildet genug. Ja, aber das sagen sie im Film. Ja. Ja, der arbeitet da eben als Programmierer und gewinnt bei so einem firmeninternen Gewinnspiel ein Treffen eben mit dem Gründer und Chef von Blue Book Nathan, gespielt von Oscar Isaac. Den er dann treffen darf in seinem Retreat. Also der hat sich so eine schicke, moderne, also optisch ist ja diese Hütte, das ist ja so eine Holz, also sieht sehr einfach aus, aber ist dann innen drin voller Technik. Und der hat sich irgendwie so ein riesiges Grundstück angeschafft. Ich glaube, der Helikopterpilot sagt irgendwann, ja, wir fliegen jetzt schon zwei Stunden über das Grundstück. Also wahnsinnig tolle Landschaft in den Bergen mit beeindruckenden Wasserfällen und Wäldern und da hat man auf jeden Fall seine Ruhe. Ja, und gedreht ist das, glaube ich, in Norwegen und dieses Anwesen, was er da hat, ist wohl ein Hotel. Cool. Das zeichnet sich dadurch aus, dass das so in die Natur reingebaut ist, so in die Felsen. Das heißt, man hat dann so Wände, die in Felsen enden und man hat dann die Felsen intern. Das ist sehr schön in die Landschaft und teilweise unterirdisch und dann am Fluss und so weiter. Ja, und mehr weiß Caleb, glaube ich, am Anfang auch gar nicht. Außer, dass er jetzt halt irgendwie ein paar Tage mit dem berühmten, zurückgezogenen Geniegründer der Firma verbringen darf. Genau. Und der begrüßt ihn dann auch so gleich. Was heißt begrüßt? Er ist eigentlich, glaube ich, gerade am Trainieren mit in so einer Handelbank da oder sowas. Also es ist ziemlich verschwitzt. Er begrüßt ihn eigentlich nicht, sondern Caleb wird von dem Haus sozusagen selbst reingelassen und findet dann dahin und erklärt ihm dann, was er von ihm will. Also erst mal reden sie so ein bisschen und er sagt hier, lass die Formalitäten weg. Ich bin zwar dein Boss, aber du kannst du zu mir sagen. Und da kommt er aber relativ schnell zum Punkt und sagt, dass er an so einer Art KI arbeitet. Und er will jetzt, dass Caleb einen sogenannten Touring-Test macht. Was das ist, können wir gleich nochmal ein bisschen erklären. Aber er hat eben den Besten sozusagen ausgewählt durch diese Lotterie in seiner Firma und deswegen hat er ihn jetzt hierher gebracht. Also das ist nicht ein nicht reines, ja, nur damit... Es war nicht wirklich eine Lotterie, sondern die Lotterie war also eine Tarnung, damit niemand mitkriegt, dass er da an dieser super fortgeschrittenen KI arbeitet. Genau. Und damit erklärt sich auch diese ganze Abgeschiedenheit letztendlich. Das ist gar nicht nur, weil er so exzentrisch ist, sondern er hat da durchaus... Ist das ein Geheimlabor letztendlich? Der hat auch dieses Haus so gebaut, dass niemand rein und niemand rauskommt. Es sei denn, man hat eine bestimmte Keycard und erklärt dann auch so, diese Keycard passt für dich dann nur in Räume, wo du rein darfst. Das ist ja ganz praktisch, weil da musst du nicht fragen. Und dann zeigt er ihm eben noch sein Schlafzimmer und das ist ohne Fenster. Das ist unten im Keller. Aber exzentrisch ist er ja schon trotzdem. Ja. Also das passt ja auch wieder ganz gut zu dem, was wir kürzlich in der einen Watchman-Episode hatten. Das ist wieder so dieser Typ von... Ich bin so reich und mächtig. Ich kann meine ganzen Merkwürdigkeiten, die andere vielleicht aufgrund von sozialem Druck oder warum auch immer irgendwie einigermaßen im Griff halten müssen. Ihm kann das ja alles egal sein. Richtig, ja. Und der ist ja auch schon... Also der ist ja nicht nur ein bisschen exzentrisch. Der ist auch ein bisschen... Also ist auf jeden Fall gut auf dem Pfad des Alkoholismus unterwegs. Ja, wobei ich da noch gar nicht mal sicher bin, ob das überhaupt so ist oder ob das alles gespielt ist. Da müssen wir ja nochmal drüber reden. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so wirklich. Okay, können wir ja nochmal drüber reden. Genau. Also erstmal hat er zumindest den Anschein, dass er sich sehr oft bedrängt. Und dann am nächsten Tag das so bereut und wieder versucht fit zu werden durch sein Training. Und gleich am ersten Tag ist es tatsächlich nämlich so, er sagt, eigentlich wollte ich ja mit ihr frühstücken, aber ich habe es gestern ein bisschen übertrieben. Deswegen esse ich jetzt lieber nichts. Dann fragt er ja, wie die Party war. Genau. Und er guckt ihn einfach nur komisch an. Keine Party? Okay, keine Party. Genau. Ja, aber was er damit meint, sieht man ja tatsächlich, weil er scheint sich ja auch gerne mal alleine zu bedrinken. Ja, ja. Oder in der Angelegenheit seiner Anrufigen wollen. Mangels Alternative trinkt er halt einfach alleine. Also ich finde, der Film legt irgendwie zwei Gründe an, warum der trinkt. Außer er hat vielleicht Spaß dran. Noch zwei andere. Die würde ich aber dann erst besprechen, wenn wir ein bisschen weiter sind und die Gründe auch dann verstehen können. Aber jetzt erst muss Caleb noch ein NDA unterschreiben, ein Non-Disclosure Agreement, dass er nämlich über nichts reden darf, was hier vorgeht. Wegen Geheimnis, Familien, nicht Familien, Firmengeheimnis und so weiter. Er muss ja quasi alles offenlegen für immer. Genau. Mit diesem Agreement. Ja. Sagt auch erst, da brauche ich einen Anwalt. Ist ein Standardtext. Das ist auch ein Standardtext. Okay, es ist kein Standard. Das sind aber so typische Oscar-Isaacs-Dialoge, finde ich. Die hat er auch in Star Wars gehabt, dass sie sich immer so ganz kurze Sätze entgegenwerfen. Das hat er mit Finn auch immer wieder, finde ich. Das ist so ein bisschen sein Markenzeichen, dass er was sagt, kriegt Gegenwind und dann sagt er, ja okay, du hast recht. Ich weiß es nicht. Das habe ich so das Gefühl, dass das viele seiner Charaktere nutzen, irgendwie dieses Gimmick. Habe ich jetzt auch tatsächlich bei Dune in einer Szene gesehen. Da hat er auch so einen kurzen Dialog ab, wo er was sagt, kriegt dann kurz Gegenwind und sagt dann, naja okay. Da hat er die gleiche Hipster-Frisur, oder? Er hat sogar noch einen Hipster-Bart. Ja, hat er ja hier auch. Ja, nee, aber er hat längere Haare und einen noch längeren Bart. Okay. Und mehr graue Haare inzwischen. Ja, ist mehr so Hipster-Gandalf. Wen spielt er denn in Dune? Ist das jemand, dem... Leto. Ah, Leto. Herzog Leto Atreides. Also den Vater vom... Jürgen Prochnos. Genau, stimmt. Ja, die Ähnlichkeit ist auch da. Mit den zotteligen Haaren. Okay. Ja, was passiert denn dann? Dann ist der erste Tag eigentlich schon um, oder? Ja, er zeigt ihm das Zimmer. Also er zeigt ihm ja dieses coole Zimmer, was wirklich so hübsch ist. Und dann beschwert er sich ja noch darüber, oder er sagt, da ist ja gar kein Fenster drin. Und dann erklärt er ihm, dass sie sich ja unterirdisch befinden. Und dass es dann mit Fenstern halt relativ schwierig wird. Ja. Ja, aber dann ist der Tag eigentlich tatsächlich schon vorbei. Ja. Und ich glaube... Hat auch sein eigenes Badezimmer. Richtig. Ja, und er gibt ja da auch noch den ersten Hinweis, dass diese Holzhütte einfach vollgestopft ist mit Kabeln und Sensoren. Und das ist, weil es ja eine Research Facility ist. Genau, genau. Nicht nur irgendwie sein Wochenendhaus. Zuhause. Und er gibt ihm ja auch seine Karte dann schon. Er hat ja seine Karte schon bekommen von dem Computer. Und die Karte öffnet halt nur die Türen, wo er eben rein darf. Was für ihn natürlich dann leichter machen soll, zu sehen, wo er denn hin darf. Denn wenn die Tür nicht aufgeht, darf er da nicht rein. Genau. Wenn die Tür aufgeht, darf er da rein. Sagt er noch so, ja, das ist doch ganz praktisch. Da musst du nicht extra fragen, so als Gast. Ja, das nimmt ihm die Entscheidung ab. Finde ich aber auch logisch. Stimmt. Was aber auch schon wieder heißt, dass es da Türen gibt, wo er nicht rein darf. Es hätte ja keine Karte gebraucht. Ist es dann schon nachts, dass Stromausfall ist? Ich glaube schon, oder? Nachts, wenn er allein... In der ersten Nacht, ja. Genau. Dann geht so das rote Licht an, es gibt kurz so einen Alarm und es heißt Stromausfall. Und dann kommt er nämlich nicht aus der Tür. Später erklärt dann Nathan, dass das so gebaut wurde. Ähm, dass dann alle Türen verriegelt sind, weil er eben verhindern will, dass irgendjemand den Strom abschaltet und so reinkommt. Ja. Ich weiß nicht, ob das so brandschutztechnisch okay ist. Ich glaube, das ist in den USA auf dem Privatgrundstück relativ Latte. Genau. Er wohnt ja auch ziemlich allein. Ja, das stimmt. Und es geht ja eigentlich auch eher darum, dass keiner rauskommt. Ja, ja, genau. Darf er doch nicht sagen. Das stimmt. Noch nicht. Und am nächsten Tag soll es dann losgehen mit dem sogenannten Turing-Test. Und jetzt noch die Frage, was ist denn eigentlich ein Turing-Test? Das erfährt man schönerweise auch in dem Film. Ja, das ist ein Test, den sich Alan Turing ausgedacht hat, der ja so ein Pionier der Informatik ist. Der hat ja für die Briten im Zweiten Weltkrieg ja sowas wie Vorläufer an Computern gebaut, um die Enigma zu entschlüsseln, also das deutsche Verschlüsselungssystem. Und weil er das so gut gemacht hat, haben die Briten ihn dann danach in den Selbstmord getrieben, weil er schwul war. Traurige Geschichte. Ja, also eigentlich mit den gleichen Methoden, die er vorher gegen die Nazis gekämpft hat, wurde er dann sozusagen in den, der wurde doch sogar irgendwie chemisch kastriert oder angebrot oder so irgendwas. Ja, ich weiß immer nicht genau, was das so wirklich heißt, aber der musste auf jeden Fall Dinge machen, die ja, also wäre ja auch schon daneben sowas mit jemandem zu machen, der jetzt kein Kriegsheld ist. Sowas sollte man grundsätzlich mit keinem machen. Aber das finde ich schon irgendwie, das finde ich sehr hart. Genau, aber der Turing-Test, den hat er sich halt ausgedacht. Das ist ein Gedankenexperiment, mit dem man rausfinden kann, ob jemand, der mit jemandem anderen kommuniziert, also ob er feststellen kann, dass das ein Computer ist oder nicht. Und der läuft eigentlich so ab, man kommuniziert mit dem angeblichen Computer oder eben auch nicht Computer, ohne dass man ihn sieht, also über irgendwie eine Eingabe-Schnittstelle und dann macht man diesen Test, wie auch immer der aussieht, also letztendlich ist es eine Kommunikation, die da stattfindet und am Ende kann man entscheiden, habe ich mich mit einem Computer unterhalten oder mit einem Menschen. Und wenn der Computer als Mensch erkannt wird, dann hat er den Test sozusagen bestanden. Ja, weil man den Unterschied nicht mehr feststellen kann. Ja. Ja, und hier gibt es ja jetzt aber so eine, weiß ich nicht, aufgebohrte Variante. Eine Abwandlung, ja. Naja, hier geht es ja nicht darum rauszufinden, ist das jetzt ein Computer oder nicht, sondern du weißt ja, dass es einer ist. Genau, das sagt ja Caleb auch extra, dass das eigentlich, der Test funktioniert ja so, dass man das nicht weiß. Und dann sagt Nathan, ja, darüber sind wir, über das Stadion bin ich ja schon längst hinaus. Da ist er ja auch irgendwie total überzeugt, also er hat ja auch offensichtlich recht, aber er sagt, der Punkt ist ja, ich will jetzt wissen, auch wenn du weißt, dass das eine KI ist oder eine Maschine ist, ob du dann trotzdem den, ob du dann trotzdem die Maschine den Test bestehen lässt. Genau, ob du dich trotzdem überzeugen lässt, dass es eben keine Maschine ist, obwohl du es sehen kannst, dass es eine ist. Ja, genau, ob er sich da quasi drin verliert. Ja. Und dann beginnt eine von vielen Sitzungen, denn jetzt ab jetzt wird dann diese, ja, dieser Film in solche Kapitel unterteilt, die Session 1 bis 7 heißen, also Sitzung 1 bis 7. Und eben, das sind diese Sitzungen, mit denen er dann, wo dann Caleb und Ava aufeinander treffen und in der ersten Sitzung, ja, ist es dann eher so, dass Caleb Ava ausfragt, der ist ganz fasziniert natürlich von dieser Maschine. Und in der ersten Sitzung ist es aber noch so, dass er die Kontrolle vollständig hat, eigentlich. Ja, oder zumindest den Eindruck hat. Oder zumindest den Eindruck hat, genau, ob das so ist, ist nochmal eine andere Frage. Also, weil das kann man ja am Ende des Films schon, schon hinterfragen. Genau. Aber so wie es jetzt dargestellt wird, scheint es zumindest, dass er in Control ist. Genau, er führt das Gespräch und sie reagiert. Genau, genau. Und es ist ja auch ihre, ihre Haltung, also sie, sie beantwortet ja Fragen und ich glaube am Anfang sitzt sie auch eigentlich immer ganz still vor ihm und, und ja, gibt halt die Antworten und wenn er das Gespräch beendet ist, gut. Genau. Und da fragt er zum Beispiel sowas wie nach dem Alter, will wissen, was sie da drauf antwortet und sagt sie, sie ist eins. Das ist ja jetzt zum Beispiel schon so eine Antwort, wenn man die jetzt so in einem Turing-Test gefragt hätte, hätte man ja jetzt irgendwie gleich gesagt, hm, scheint mir jetzt kein Mensch zu sein. Also. Naja, er fragt ja aber sogar, er fragt ja noch nach. Ja, ja, genau. Also er lässt es ja nicht so stehen. Ein Ja oder. Sondern fragt ja ein, genau, ein Was. Ja. Und sie bleibt ja aber dann dabei. Ja, eins, genau. Und das ist ja doch auch wieder eine Antwort. Nur halt keine, keine Antwort auf das Alte. Ähm, Nathan beobachtet das Ganze, diesen Test über seine Monitore. Es gibt eh ganz viele, ganz viele Einstellungen in dem Film, die so über die, also relativ oft, wo jetzt nicht die Kamera so direkt mit im Raum ist, sondern man beobachtet ganz viel über die, über die Kameras in dem Film. Und in der ersten Szene sieht man das auch noch sehr aus Perspektive von Caleb. Das ändert sich später. Am Anfang sieht man sehr aus, als würde man durch seine Augen gucken, auf sozusagen den Käfig, in dem Eva sitzt. Die sitzen ja in so Glaskäfigen. Ich glaube, das war so das, das Wichtigste zur ersten Sitzung. Ja, das ist ja nur so ein erstes, erstes Kennenlernen. Genau, also zu Eva kann man dann jetzt nochmal sagen, sie ist halt ganz offensichtlich ein Roboter, denn sie hat zwar ein Gesicht, was menschlich aussieht, aber auch nur vorne so den Gesichtslappen. Alles andere am Kopf ist dann so halb durchsichtig und man kann reinschauen und auch ihre Arme sind dann halb durchsichtig. Und man sieht halt überall Mechanik in ihr drin. Genau, sie hat das Gesicht und Hände und Füße, glaube ich auch. Bei den Füßen bin ich mir schon gar nicht mehr sicher. Ich weiß es auch nicht mehr. Nicht drauf geachtet, keine Ahnung. Aber das scheint auch mit zum Test zu gehören, denn das hätte ja auch anders gestaltet werden können. Also es ist offensichtlich so, dass man die Maschine als Maschine betrachtet. Ja, offensichtlich ja. Ja, ich glaube, sonst passiert an dem Tag nichts Besonderes, außer dass dann Caleb irgendwann wieder schlafen geht und am nächsten Tag wird er dann von einer unbekannten oder bisher unbekannten Frau geweckt. Genau, die bringt ihm, glaube ich, Frühstück oder so? Auf jeden Fall bringt sie ihm irgendwas aufs Zimmer. Ja. Oder neue Handtücher, ich habe keine Ahnung. Sie legt auf jeden Fall irgendwas auf seinen Schrank, ohne irgendwas zu sagen oder so und watschelt dann auch wieder nach draußen. Ja, genau. Ja, und dann treffen die beiden, also Nathan und Caleb sich wieder so. Caleb, Nathan ist wieder beim Sport. Nathan ist so ein bisschen, ja, daran interessiert, wie toll Caleb das denn alles findet, weil er, ja, freut sich, wenn er irgendwie da, ja, wenn er irgendwie Wertschätzung. Ja, wenn es sein Ego gestreichelt wird. Ja. Also ich kriege diese Unterhaltung jetzt nicht mehr so, nicht mehr wortwörtlich hin, aber es gibt ja irgendwas, was Caleb mal gesagt hat, so im Sinne von, wenn man so eine Maschine erschafft, dann ist man irgendwie, irgendwas mit, er macht so einen komischen Gottvergleich, aber nicht so richtig. Mhm. Und, äh, Nathan versteigt sich ja dann voll drauf, dass Caleb gesagt hat, du bist ein Gott. Und Caleb sagt, glaube ich, zweimal so, nein, nein, so habe ich das nicht gesagt. Doch, doch. Ja, ähm, zum einen das, aber ich finde, er kommt dann auch immer wieder ganz, ähm, kalkulierend drüber und gar nicht so, dass er irgendwie sein Ego gestreichelt haben will. Nathan jetzt meinst du? Ja, genau. Ja, 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 total. Ja, ja, ja. Also ich, also ich finde, der, der wechselt immer so, also der, der, der springt immer so hin. Ich hatte den, den Eindruck, dass er oft, wenn er, wenn er sich so auf die Situation vorbereitet hat, da kann er ganz, kann er ganz charming sein und einnehmend, aber es gibt eben schon immer wieder so, so Stellen in den Unterhaltungen, wo er eben, wo er überhaupt nicht mehr freundlich ist und eigentlich nur, nur genervt ist, dass sein, sein Experiment jetzt irgendwie nicht, nicht in dem Tempo weitergeht, wie er das möchte und warum Caleb jetzt gerade seine Zeit verschwendet. Ja. Also so eine Theorie, die ich da habe und das geht jetzt auch schon in die Richtung, warum er sich denn bedringt ist, der hat eine scheiß Angst, weil er nicht weiß, ob das, was er hier gerade macht, gut ist. Ob das, ob man, ob er da weitermachen sollte oder was lieber lassen sollte. Das ist so meine Interpretation von Nathan. Und warum, also Angst, wovor? Naja, Angst, diese KI auf die Menschheit loszulassen. Okay, das habe ich ganz anders. Also weil, die haben doch irgendwann so eine Unterhaltung, wo Caleb genau das anspricht, sollte man das überhaupt tun? Und Nathan sagt ja, die Frage, ob, stellt sich überhaupt nicht. Sondern nur, wann. Es ist nur die Frage, wann, wann das passiert. Und er ist ja dieses, dieses mega Programmiergenie, der irgendwie mit, keine Ahnung, 13 oder so schon ganz krasse Sachen gecodet hat. Und der kann das, glaube ich, gar nicht, also er hat vielleicht Angst davor, dass jemand schneller ist als er. Aber ich, also mir kam das nicht so rüber, als hätte er, als würde er das grundsätzlich in Frage stellen, ob er es tun sollte. Ja, das sage ich mal anders. Also ich glaube, er hat Angst davor, dass er es nicht unter Kontrolle hat. Okay, mir kam es eher so vor, als wäre er halt im Zweifelsfall gefrustet davon, dass es jetzt immer noch nicht funktioniert. Okay. Aber eigentlich hatte ich, also ich hatte überhaupt nicht den Eindruck, dass er das ganze Projekt grundsätzlich so noch hinterfragt. Okay. Sondern über den Punkt ist er schon, ist er schon lang raus. Und es geht nur noch darum, das jetzt endlich fertig zu machen, weil, weil er ist ja so ein Genie. Ja, und das will er jetzt endlich, das will er jetzt endlich fertig haben, weil dann ist er das größte, das sagt er auch irgendwann so, dass es die größte, die größte Sensation so in der Menschheitsgeschichte wäre. Und also er spricht ja schon an, dass es irgendwann dann auch so sein wird, dass die, dass die KI sich zurückerinnern wird, dass es da mal diese komischen primitiven Menschen gab. Aber da war kein, da war kein Unterton von, vielleicht sollte ich das dann trotzdem nicht machen, sondern eben dieses, es wird so oder so passieren. Und wenn, dann will wenigstens ich das Genie gewesen sein, dass da den entscheidenden Schritt gegangen ist. Genau, das sagt mir ja auch alles so, worauf ich hinaus wollte, war ich, ich hatte zu bestimmten Zeiten gedacht, genau deswegen schießt er sich immer ab. Ne, ich glaube, das macht er einfach nur, weil er, weil er gerne, also weil er gerne betrunken ist und, und weil das auch so ein Frustbewältigungsmechanismus einfach ist. Also wenn es halt jetzt gerade hakt, dann, dann schießt er sich ab und am nächsten Morgen gibt es irgendwie ein paar Vitamine und ein bisschen Sport und dann geht es wieder weiter. Ja, ich dachte, er schießt sich ab, weil er eben nicht damit zurechtkommt, dass das, was er hier gerade macht, eventuell riesen scheiß gefährlich ist. Und er es aber gleichzeitig doch unbedingt machen will, weil er es kann. Ja, ja, also kann man jetzt nicht hundertprozentig so oder so. Ne, ne, genau. Also es gibt ganz, ganz viele Stellen in dem Film, die man nicht so oder so hundertprozentig sagen kann. Ich habe ja nachher noch eine Ante-Theorie, warum er sich wegschießt. Ja, im Hinblick auf das, auf das Spätere und den Test, der ja tatsächlich durchgeführt wird, ist ja dann auch die Frage, ob er jetzt gerade überhaupt unzufrieden mit Caleb war, weil, ähm, das, die Fragen, die er ihm gestellt und, äh, also die Intention, die er dahinter legt, die hat ja letztlich mit dem, was dieser Test eigentlich darstellt, ja nicht mehr viel zu tun, weil es klärt sich ja später auf, dass ein ganz anderer Test durchgeführt wird und nicht dieser Turing-Test oder dieser erweiterte Turing-Test. Ja, dann gehen wir doch mal in die Richtung weiter, oder? Ja. Sitzung 2 ist dann nämlich ein bisschen umgekehrt, da fragt Ava eher Caleb aus. Und da geht es ja so darum, dass sie fragt, ob er Single ist, es kommt dann irgendwie raus, dass seine Eltern beim Autounfall gestorben sind, ähm, vorher hat man auch tatsächlich, als er ins Bett gegangen ist, gesehen, dass er so eine riesen Narbe auf dem Rücken hat und das rührt wohl von diesem Autounfall. Und in dieser zweiten Sitzung gibt es dann auch wieder einen Stromausfall und, ähm, während dieses Stromausfalls sagt sie sowas wie, Nathan ist nicht dein Freund. Und wenn der Strom dann wieder an ist, dann tut sie so, als wären sie gerade in irgendeinem anderen Gespräch gewesen, was dann Caleb nicht so richtig folgen kann. Nee, irgendwie hat er dann so ein bisschen die Tarnung, äh, kaputt gemacht. Ja. Ja, sie versuchen halt so ein bisschen sich kennenzulernen und mehr über den anderen zu erfahren, weil er hat ja in der ersten Sitzung Fragen gestellt und dann, wie du gesagt hast, stellt sie in der zweiten Sitzung Fragen, weil, ähm, sie ja quasi auch nichts über ihn weiß. Also, er stellt die ganze Zeit Fragen und sie muss sich ihm quasi öffnen, aber sie selbst weiß nichts über die Person, die quasi vor ihr sitzt. Mhm. Ja, und also in der Unterhaltung kann man ja auch schon, also wenn man, wenn man dann vom Ende aus wieder zurück an den Anfang blickt, dieser, dieser Hinweis mit, ähm, Nathan ist nicht dein Freund, da, da fragt sie ja vorher schon genau, genau ab, wie lange kennst du ihn schon, Seite, also sie, sie checkt ja erst mal ab, ob, ob Caleb vielleicht am Ende ein guter Bekannter von Nathan ist, um sie vielleicht in eine Falle zu locken. Mhm. Also, weil sie ist ja, sie ist ja eben auch nicht blöd, also sie, naja, also sie hat ja schon auch relativ schnell klar, dass das, dass hier die, die Testaufstellung nicht nur darin besteht, dass jetzt Caleb sie prüfen soll, sondern dass Nathan sie auch durch Caleb prüft. Mhm. Und sie ja eben rauskriegen muss, ob sie mit Caleb irgendwie arbeiten kann oder nicht. Genau, das ist, ja genau, ob sie, ob sie ihn quasi nutzen kann für ihre Zwecke. Also, ja genau. Ich hab so auch das Gefühl gehabt, wie du gesagt hast, sie wollte gucken, inwieweit er quasi Nathan kennt, weil wenn das nämlich gute Freunde wären, dann hätte dieser ganze Plan ja überhaupt gar nicht funktioniert. Ja, dann hätte sie warten müssen auf den Nächsten. Genau, richtig, auf die, genau, sie hätte sie auf den nächsten Teppen warten müssen. Mhm. Ist dann schon das Essen, wo, wo sie hier Sushi essen und die, die andere Androidin dann den Wein verschüttet? Ja, das kommt irgendwann, genau, wo er dann so sehr, also der Punkt ist ja, eigentlich weiß man noch gar nicht, dass das eine Androidin ist, oder? Zu dem Zeitpunkt. Nee, das wird ja schon lange im Unklaren gelassen, ob Joko jetzt, also weil sie ist ja, ich glaube, seine Ausrede ist ja nur, sie spricht überhaupt kein Englisch. Genau. Und ist jetzt ja auch, ist jetzt ja auch plausibel, wenn man sagt, ja okay, der will da so eine Bedienstete haben, die, die irgendwie putzt und Essen macht, aber wenn die kein Englisch spricht, dann kann sie ja auch keine, keine Geheimnisse irgendwie erfahren und verraten. Genau. Und am Anfang kommt das nämlich so rüber, weil er ja sehr abweisend gegenüber ihr ist und unfreundlich, kommt das ja auch bei Caleb sehr schlecht rüber, dass er sie halt sehr schlecht behandelt. Da weiß er aber auch noch nicht, dass das ein Androide ist und beziehungsweise ist auch gar nicht klar, wie intelligent diese Androide ist. Also es ist glaube ich schon klar, er sagt es nämlich die ganze Zeit, dass sie einfach kein Bewusstsein oder so auf keinen Fall hat. Genau, dass man quasi nicht mit ihr reden kann, sondern sie wirklich nur einfache Befehle befolgt. Also das ist irgendwie ein simpler Roboter. Deswegen verhält er sich gegenüber dieser Maschine auch so, weil das für ihn einfach nur ein Tool ist. Und Caleb, für Caleb ist das ja ein Mensch. Ja. Er zeigt Caleb ja dann auch, glaube ich, sein Labor am nächsten Morgen und dann geht es noch darum, dass, wie denn eigentlich diese ganze KI entstanden ist. Dass das eben über diese gesamte Datensammlung über Bluebook letztendlich entstanden ist. Genau, weil er quasi sämtliche Handys, also sämtliche Kameras, sämtliche Mikrofone, die über, also quasi die Bluebook nutzen, abgefragt hat und sich dadurch quasi eine riesige Datenbank an Mimik und Gestik und Sprachgebrauch und so weiter angeeignet hat, die er benutzen konnte, um seine, seine KIs eben zu programmieren. Mhm. Ja. Caleb war natürlich berechtigterweise überrascht. Aber das scheint wohl ein normales Mittel zu sein, weil er meinte, er hat das mit dem Einverständnis der Handyhersteller gemacht, aber die würden ihn auch nicht verraten, weil sie sonst zugeben müssten, dass sie das auch schon seit Jahren tun. Genau, ja. Und dann zeigt er auch das Gehirn, also diesen Blubbelball. Ja. Dass irgendeine Art Gelee-artige Masse ist, die quasi den Hauptprozessor bildet, den Computerkern. Genau, in dieser dritten Sitzung merkt man schon, dass Caleb sich angezogen fühlt von Ava und damit aber auch so ein bisschen hadert. Ja. Ja, weil es ja Quatsch ist, sich zu einer Maschine hingezogen zu fühlen. Da geht es ja auch noch dann um dieses Bild, was sie malt. Da sieht er ja später, dass Nathan dieses Bild zerreißt. Also er guckt ja dann irgendwann nachts, geht diese Überwachungskamera an und dann sieht er, wie Nathan bei Ava ist. Er hört aber nicht, was sie sagen und dann zerreißt Nathan das Bild und geht wieder raus. Und das lässt dann bei ihm auch so irgendwie zusammen mit diesem vorherigen Nathan ist nicht dein Freund und dieser Szene, dass er so schlecht gegenüber der Haushälterin war, kommt oder wird es jetzt bei Caleb immer mehr so in den Vordergrund geschoben, dass Nathan irgendwie so der Böse ist. Also das dringt immer weiter zu ihm vor. Die sind doch irgendwann auch noch draußen, oder? Ja, und sitzen da an diesem Wasserfurt, an diesem See und trinken Wodka. Ah ne, stimmt. Du meinst, wenn sie klettern, wenn sie den Berg hochklettern. Ja, ja, richtig. Also da ist ja auch Ava dann dabei. Nicht? Nein. Nee. Sie hat doch, die verlässt doch diesen Raum niemals. Ach ne, stimmt. Sie klettern ja auch in diesen Gletscher oder was das da ist nach oben. Wenn sie dann da an dieser Wasserquelle sind, dann reden sie ja nochmal. Ich weiß aber gerade nicht mehr, was sie genau gesagt haben. Sie vergleichen das ja auch immer wieder mit diesem Schachcomputer, der quasi gut Schach spielen kann, aber währenddessen halt nicht weiß, was Schach eigentlich ist oder was er da eigentlich tut, sondern er kann einfach nur gut diese Züge berechnen, aber ist sich nicht bewusst, was er da tut. Das ist ja immer wieder Thema, dass sie das quasi auf diesen Schachcomputer bringen. Genau, da gibt es auch so ein Gedankenexperiment, das heißt The Chinese Room, das ist im Prinzip genau das. Das hat ein Forscher zum Thema künstliche Intelligenz aufgebracht und hat gesagt, wenn eine künstliche Intelligenz oder auch eine Intelligenz, also wenn es einen Raum gibt, in dem chinesische Zeichen reingegeben werden und es kommt auf der anderen Seite wieder ein übersetzter Text draus, kann dadurch nicht geschlossen werden, dass die Person, die das in dem Raum übersetzt hat, verstanden hat, was der Text bedeutet, denn es könnte eine Anleitung geben, wie man das Ganze syntaktisch übersetzen kann. Also es könnte ja eine Anleitung geben wie eine Grammatik und dann kann man diesen Text übersetzen und kann ihn wieder rausgeben. Das bedeutet aber nicht, dass diese Person intelligent sein muss, die in diesem Raum sitzt. Und das ist so ein Gleichnis. Es gibt so zwei Gruppen von Forschern. Die einen sind so die Forscher, die sagen, wir gehen von einer schwachen künstlichen Intelligenz aus und die anderen sagen, wir gehen von einer starken aus und dieser Forscher, der dieses Chinese Room Gleichnis da gemacht hat, der geht halt von einer schwachen künstlichen Intelligenz aus. Also der sagt, künstliche Intelligenz ist nicht vergleichbar mit einer echten Intelligenz, sondern sie erscheint uns nur so. Und das ist ja so ein bisschen das, was auch mit diesem Schachcomputer gemeint ist. Der kann zwar unheimlich gut Schach spielen, weiß aber nicht, was Schach ist. Lösen halt am Ende doch nur komplizierte Rechenaufgaben. Genau, ja. Und das genau tut ja auch so das, was wir als künstliche Intelligenz bezeichnen, weil der Begriff ist ja auch gar nicht so ganz klar, was das denn letztlich ist. Wir kennen ja künstliche Intelligenz vor allem auch von Computerspielen. Also wir nennen ja Computergegner KI, gegen die wir spielen in irgendwelchen Strategiespielen oder so. Und die zeichnen sich ja dadurch aus, dass die verschiedene Strategien verfolgen und ansonsten mit bestimmter Priorität auf die Eingaben vom Spieler reagieren. Ja genau, du merkst ja in Spielen dann immer doch recht schnell, wenn Leute rausgefunden haben, nach welchen Parametern da reagiert wird, dass es eben keine Intelligenz ist. Genau, dass da einfach nur reagiert wird auf, wenn, wenn das, dann. Wenn, wenn, dann schleifen quasi. Genau, und wenn, dann, wenn es besonders intelligent erscheint, ist es meistens geskriptet. Ja, richtig. Da finde ich ja tatsächlich bei Mass Effect diese Unterscheidung zwischen KI und VI, also virtueller Intelligenz, immer sehr interessant. Dass man quasi eine Intelligenz faked und die nur, wenn, dann schleifen abarbeitet, ist es quasi eine virtuelle Intelligenz. Aber wenn es eine richtige KI, eine sich selbstbewusste Intelligenz ist, dann hat man tatsächlich es erst mit einer KI zu tun. Das finde ich ist eigentlich eine sehr schöne Unterteilung, die sie da getroffen haben. Ja, aber komm, du kannst ja trotzdem in eine Situation kommen, wo es für das Ergebnis am Ende keinen Unterschied macht. Also wenn es einfach komplex genug ist, dann, dann spielt es, dann spielt es für dich ja gar keine Rolle, ob da jetzt ein Bewusstsein da ist, das weiß, was es tut oder einfach nur die, wenn dann Konstellationen im Hintergrund komplex genug sind, damit halt all deine, all die Eventualitäten abgedeckt sind. Ja, es gibt halt den Unterschied, wenn es dann um Kontext geht. Das ist, das. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, es gibt, es gibt natürlich trotzdem einen qualitativen Unterschied in dem, was da ist. Aber, aber für dich am anderen Ende macht es, macht es vielleicht gar keinen, gar keinen Unterschied. Für das konkrete Problem. Ja. Und bei Mass Effect, da du es schon erwähnt hast, ist es ja auch so, die hatten ja auch genau dieses Problem, was man immer wieder in Science-Fiction-Filmen hat, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Die haben erstmal eine künstliche Intelligenz erschaffen und die wollte sie dann dieses Volk oder die gleich ausrotten, oder? Das waren doch die Geth. Wie? Ja, ja, wie immer halt. Genau. Und dann wurde nämlich künstliche Intelligenz verboten und dann haben sie virtuelle Intelligenz erfunden und dann gibt es ja auch so eine Episode in Mass Effect, wo dann auch die virtuelle Intelligenz alle ausrotten will. Ja, ja, oh Gott. Genau. Genau, so zu, jetzt sind wir über diesen Schachcomputer auf dieses Chinese Room Experiment gekommen und das ist genau, die einen sagen eben, es gibt sowas wie wirklich tiefe künstliche Intelligenz und das bedeutet dann, eine künstliche Intelligenz kann auch ein Bewusstsein haben und die Gegner sagen, das gibt es gar nicht, also das ist alles fake. Die sagen sowas wie Singularität kann es nie geben. Genau, richtig. Und dann ist aber ja auch gar nicht so richtig klar, was ist eigentlich Intelligenz? Das ist ja auch, also es gibt keine richtige Definition für künstliche Intelligenz, die allgemeingültig ist und für Intelligenz ja auch nicht. Da gibt es jetzt, könnte man zum Beispiel die Definition nehmen, die Fähigkeit Probleme eigenständig zu lösen und da kann man dann wieder drüber diskutieren, ob das eine KI kann oder nicht. Das kommt dann wieder aufs Problem an. Die Grenzen sind, finde ich, immer da, wo es um Kontext wirklich geht. Wenn man mit irgendeinem Sprachassistenten sich unterhält und so wie man in dem aktuellen Kontext bleibt, funktioniert das und wenn man dann aber noch was hinzufügt und sagt dann so und dann noch das, dann ist der Kontext schon wieder völlig weg und does not compute. Ja, Kontext ist aber halt auch schwierig. Naja, das machen Menschen ja auch oft genug falsch. Genau. Also Kontext ist einfach. Also ist es ja eigentlich sogar richtig, wenn es falsch gemacht wird. Das wäre nur menschlich. Naja, aber Menschen machen es halt auch oft genug richtig. Ist das verwirrend. Und das kann aber ja Ava Kontext. Also hier sind wir ja offensichtlich in einer Art von künstlichen Intelligenz, die, und deswegen sagt er ja auch, darüber sind wir schon weit hinaus, einen Turing-Test zu machen, ohne dass man sie sieht. Du siehst, dass sie künstlich ist und ich will trotzdem wissen, ob du sie für lebendig hältst. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Na ja. Sie waren an diesem Gletscher und wir haben überlegt, worüber sie geredet haben. Ach so, genau. Man kann jetzt sagen, es geht immer so weiter und es gibt noch mehrere Gespräche zwischen Eva und Caleb. Man merkt als Zuschauer immer mehr, dass Ava Nathan immer mehr als den Bösen hinstellt, der sie festhält und sie versucht in Caleb ihren Retter zu finden oder zu sehen. Ja, es wird immer mehr als die Strategie der KI aus dem Computerspiel, dass ihr programmiert wurde, die Strategie zu verfolgen, zu entkommen. Wenn Helfer da, wenn Helfer da, dann helfen. Genau. Weil wir erfahren ja später dann auch noch, dass es kommt ziemlich zum Schluss, wenn das Ganze dann eskaliert, dass Nathan wohl offensichtlich auch die Vorlieben von, also die sexuellen Vorlieben von Ava so programmiert hat, dass sie zu Caleb passen. Ja. Also er hat sie halt genau daraufhin designt. Ja. Bei Caleb so eine emotionale Reaktion hervorzurufen. Genau. Am Anfang leugnet er das ja noch so ein bisschen, weil da sagt er ja, das ist ja ganz natürlich für sie, weil ich bin sowas wie ihr Vater und du bist der Erste, den sie trifft und sie verhält sich halt natürlich. Aber später dreht er das ja so ein bisschen um und gibt das dann auch zu, nachdem Caleb ihn konfrontiert, dass er sozusagen, wie sagt er, sein Pornprofil als Input benutzt hat. Da gibt es ja nochmal vorher so ein paar Szenen, wo Nathan sehr betrunken ist dann abends und Caleb das ausnutzt und im Haus umherstreut. Vor allem diese eine Szene, wo er seine Karte klaut, die Schlüsselkarte. Mhm. Und da schafft er es ja dann in dieses Labor zu kommen von Caleb, wo diese Überwachungsmonitore drin sind und guckt sich ja da schon so die Daten an und ändert auch dann schon was. Der schreibt ja dann irgendwie das Programm um. Ja und da sieht er doch auch die Videos von den Vorgängermodellen, oder? Korrekt, genau. Genau, wie sie quasi nicht funktionieren beziehungsweise wie sie deaktiviert werden. Ja, naja, was heißt nicht funktionieren, also auch die Sachen, die ja auch in Ava jetzt schon angelegt sind, da war doch ein Modell dabei, das hinterfragt, warum bin ich hier eingesperrt und jetzt lass mich doch endlich mal hier raus. Genau, also der Punkt ist ja, dass es immer auf das Gleiche rausläuft. Es gibt immer eine Gewaltorgie am Ende, wo sich die, die zerhacken, sich die Gliedmaßen und was weiß ich versuchen durch die Scheiben zu kommen und so weiter und wollen halt immer da raus. Und dann führt das halt immer zu so einer, ja, neuen Evolutionsstufe und er versucht das nächste Modell. Und das war halt auch so der Grund, weswegen ich gesagt habe, er versucht das zu verarbeiten durch seine Alkoholexzesse, weil er eben glaubt, dass er sich da eben im Unsicheren, ob das überhaupt gut ist, was er da tut, weil es immer wieder zum Desaster führt. Aber er hat ja gleichzeitig auch überhaupt kein Problem, hier Kiyoko als seine Sexsklavin zu benutzen. Also so eine richtige Reflexion kann ich da jetzt nicht erkennen. Aber Kiyoko ist ja was ganz anderes. Sie ist ja nur ein Tool. Die hat ja keine Intelligenz. Ja. Die hat es ja nur botomiert. Ja, aber es ist, ja, wie gesagt, da geht es ja jetzt echt nur so um Meinung. Das kann man ja nicht hundertprozentig sicher beantworten, aber auf mich wirkt er nicht wie, wie, als hätte er da so ein fundamentales Problem damit. Dafür ist das schon alles, alles zu, zu abgefuckt und auch, auch, also wenn der da über, über Monate und Jahre, keine Ahnung, wie lange er da dran schon arbeitet und er dann seine Gewissensbisse jedes Mal irgendwie mit, mit einer Flasche Wodka wieder schon, schon aus, auskuriert kriegt und es am nächsten Tag wieder gut ist. Könnte nicht so stark sein, ne? Naja, die Frage ist doch, er versucht es hinzukriegen, dass es funktioniert, dass es nicht immer in der Katastrophe endet. Ja, aber sein Ziel, aber sein Ziel widerspricht dem doch, also, weil er will doch jemanden, der ein eigenes Bewusstsein hat und das kann, also, das kann doch nicht funktionieren, dass da jemand einerseits ein Bewusstsein von sich selbst hat und fein damit ist, da so ein eingesperrtes Versuchskaninchen zu sein. Stimmt. Das kann ja nicht gehen. Also, das ist, das, das, das ja, das ist, läuft ja, läuft ja einfach. Unethisch. Ja, nicht nur unethisch, aber es kann halt auch nicht sein, es widerspricht sich. Ja, ja, es läuft sich zu mir. Also, entweder willst du, willst du so eine Kyoko, die einfach funktioniert und keine Probleme macht oder du willst ein, du willst ein Lebewesen und ein Lebewesen. Ab Freiheitsdrang kannst du nicht einfach einsperren, so ohne, ohne einen besseren Grund zu geben als, ja, ich will das so. Ja, eigentlich, die, die sich ja quasi, oder diese, diese eine, die sich ja fast selbst umgebracht hat, indem sie immer wieder gegen die Wand geschlagen hat, hat ja eigentlich schon bewiesen, dass es ja, dass die Intelligenz ja da ist, weil sie will raus, sie will, ist nicht selbstbewusst geworden, dass sie eingesperrt ist. Ja. Also, eigentlich hat er sein Ziel ja schon erreicht. Er ist halt nun damit nicht zufrieden, dass er möchte wahrscheinlich intelligente Sklaven haben, aber das funktioniert halt nicht. Mhm. Also, das ist schon seltsamer. Ich finde mal ... Ja, ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, worauf er hinaus will. Also, ich glaube, die Ziele, die er sich vorstellt, kann man in der Kombination einfach nicht erreichen. Ich habe auch noch nicht so eine richtig gute Erklärung für mich, warum er immer so immer nackte Frauenkörper nimmt. Ja. Für den Film halt, damit der Zuschauer sich freut. Weiß ich nicht. Finde ich jetzt aber von der Inszenierung her, finde ich den Film jetzt nicht so, dass es die ganze Zeit drum geht, dass da irgendwie Brüste zu sehen sind. Also, fand ich jetzt auch nicht so voyeuristisch inszeniert. Nee, das stimmt tatsächlich nicht. Ich glaube, das kommt auf die Testkandidaten an, weil die männlich sind. Ja, aber ... Ach so, du meinst, Caleb ist jetzt auch gar nicht der Erste. Weiß ich nicht. Ich dachte, du hättest das eben gemeint. Ja, keine Ahnung, das ist halt eben so ein Punkt. Also, ich habe das schon so wahrgenommen, dass Caleb jetzt der Erste Outsider ist, der da mal so reingucken darf. Aber trotzdem waren es ja bisher immer ... Und die waren ja auch mit Haut und allem. Also, das waren ja ... Ja, ja, richtig. Das waren ja jetzt nicht einfach nur Maschinen, wo es darum geht, das Bewusstsein zu testen. Vielleicht hat der es auch vorher immer selbst versucht und hat die quasi so gebaut, dass sie ihm ... Also, dass sie ihm selbst gefallen, weil das ist ja das Ziel. Und, ähm, weil er hat ja anscheinend so ein Faible eher so für den ... Für Asiatinnen. Habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Und, ähm, aber als er dann gemerkt hat, dass er quasi diesen Test nicht selbst durchführen kann, hat er sich eben Caleb genommen und hat dann passenderweise den Androiden für ihn gebaut, um diesen Test durchführen zu können. Mhm. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass er erst mal versucht, diesen Test selbst durchzuführen, weil er ist halt ... Er ist halt so von sich selbst überzeugt, warum sollte er jemand anderen erst mal diesen wichtigsten aller Tests durchführen lassen? Wenn er will, dass er richtig gemacht wird, dann macht er ihn eben selbst. Mhm. Aber das hat anscheinend mehrmals nicht funktioniert. Und da habe ich zumindest für mich so draus geschlossen. Jetzt hat er sich eben dann doch von außen Hilfe geholt. Aber der Android, der dann eben für diesen Test gebraucht wird, der muss dann eben entsprechend der Person gefallen, die diesen Test jetzt durchführt. Und dann ist ja noch die Frage, wie viel er denn überhaupt in Control ist. Mhm. Oder Ava auch da Dinge manipuliert. Das wird ja zumindest auch an mehreren Stellen ... Ja, das wird ja auch manchmal offen angesprochen. Aber es könnte ja auch sein, dass sie sozusagen gesteuert hat, wer jetzt da hinkommt. Die könnte zumindest dafür ... Ja, wobei, wenn es sie vorher noch nicht gegeben hat, ich weiß halt nicht, wie lange es sie schon gibt und wie viel er quasi schon mit ihr versucht hat. Das ist ja auch nicht so ganz klar. Ja, stimmt. Er sagt ja, dass wenn es da so eine neue Iteration gibt, dann wird das Gedächtnis gelöscht. Aber sozusagen die Funktion wird beibehalten. Also das Gehirn wird sozusagen übernommen, aber das Gedächtnis wird gelöscht. Genau. Ja, weiß man aber halt auch nicht. Ob er das glaubt. Ob er das glaubt. Genau. Ah, ist das schwierig? Tja. Ja. Wie geht es denn jetzt zu Ende? Also wir sind ja jetzt irgendwie an der Stelle gewesen, wo Nathan sich wieder völlig betrunken hat. Dann findet Caleb mithilfe seiner Karte die ganzen Modelle und erkennt dann ja auch erst, dass ... Jetzt habe ich vergessen, wie sie Asiatin heißt. Kyoko. Kyoko. Erkennt dann ja dann erst auch, dass Kyoko ein Androide ist. Weil sie sich einfach die Haut abzieht. Das hat er doch schon während des Essens gesagt. Das hat er nicht während des Essens gesagt. Doch, er hat gesagt, du brauchst nicht mit ihr reden. Sie versteht halt nur einfache ... Ja. Oder das hat auch für den erklärt. Weil sie halt einfach kein Englisch spricht. Also ich finde ... War das da? Ja. Okay. Naja, ich finde, also zu dem Zeitpunkt wird das schon noch ... Wird schon noch die Möglichkeit offengelassen, dass sie ... Also bis zu dem Zeitpunkt, wo sie vor Caleb sich die Haut runterzieht und man sieht, da ist ein Roboter unten drunter, wäre es immer noch völlig plausibel, dass sie einfach ein Mensch ist, der halt nicht so viel Englisch versteht. Ja, also ich glaube, ich habe das beim ersten Mal nicht gewusst, dass sie kein Mensch ist, bis dahin. Es gibt aber auch schon Anzeichen. Man sieht ... Ja, wenn man es weiß, dann sieht man natürlich die ganze Zeit die Anzeichen. Genau. Auch diese ... oder weiß ich jetzt, ist das noch davor, diese Tanzszene mit ihr, oder? Ja. Ja, weil denen ja auch, wenn man es weiß, ist es völlig offensichtlich. Mhm. Aber Menschen sind halt auch manchmal komisch. Ja. Also ... Und auch wie sie das Fleisch am Anfang schneidet, so ganz komisch hackt sie so auf dieses Fleisch ein. Wenn man es weiß, weiß man warum, genau. Und es gibt ja auch immer wieder Szenen mit Kyoko, wo sie so mit dem Rücken zur Handlung steht, aber man ihr Gesicht sieht und sie halt ... und sie irgendwie aufmerksam ... also sie schon mitkriegt, was um sie herum passiert. Ich glaube nämlich auch nicht, dass sie so völlig lobotomiert ist. Die steht doch auch irgendwann vor diesem komischen Gemälde und guckt das an. Also die ist jetzt auch nicht ... die ist jetzt auch nicht nur eine einfache Maschine. Da passiert schon auch irgendwas. Ja, und vor allem nachher redet ja Ava auch mit ihr. Und das kann sie ja dann offensichtlich auch verstehen. Ja, wobei das auch ... finde ich auch wieder so ... da geht auch die Kamera ein paar Mal so auf die Hand von Ava, die auf dem Arm so komisch herumtippt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die programmiert werden. Stimmt. Ja, also mit dem Ende im Hinterkopf würde es mich nicht wundern, wenn sie sie halt auch beeinflusst hat. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, und ich glaube, Kyoko hat schon auch so ein bisschen ... also der würde ich auch ein eigenes ... ein eigenes ... so ein eigenes Bewusstsein unterstellen. Da ist der Horizont, glaube ich, nicht so weit wie bei Ava. Und das passiert alles noch ein bisschen langsamer und beschränkter. Aber da geht schon was. Aber da geht offensichtlich dann mehr als Nathan weiß. Selbst weiß. Ja, das trifft ja auf beide zu. Ja, ja, genau. Also Nathan hat da schon eine Weile irgendwie so ... irgendwie den Blick ein bisschen dafür verloren, was da tatsächlich da ist. Ja, und was da möglich ist. Also was seine geschaffenen Wesen quasi, wozu die fähig sind. Aber so ist er ja auch als Charakter die ganze Zeit nicht angelegt. Dass die es drauf haben, ihn zu überlisten. Das stimmt, ja. Gut, also er gibt dann ... achso, er ist ja betrunken gewesen und schleppt sich so zurück. Und dann fällt ihm auf, dass er keine Karte hat. Und dann kommt aber praktischerweise Caleb direkt aus der Tür und tut so, als hätte der betrunkene Nathan die Karte fallen lassen. gibt sie ihm dann wieder. Das war eine schöne Szene. Wie sie dann auch noch so über den Boden kratzt, damit es sich so anhört, als hätte er sie aufgehoben. Und dann hier ist sie. Und Nathan bedankt sich auch noch so total süß besoffen. Oh, Dankeschön. Weil er halt überhaupt nicht mehr mitbekommt, was gerade um ihn herum passiert. Ja, das habe ich völlig anders. Also ich finde, er hat es genau in dem Moment sofort geschnallt. Ja? Glaubst du? Ja. Weiß es nicht. Also ich glaube schon, in dem Moment, wo er da auf dem Boden ... liegt und dann kommt zufällig Caleb raus und instant findet er die Karte, die da mitten auf dem Flur liegt. Weil er sagt dann am Ende auch noch irgendwie so, oh shit oder so. Also ich glaube, er hat es genau in dem Moment kapiert. Und weil genau da im Anschluss ran führt er doch auch seinen Plan durch. Mit der Kamera. Mit der neuen Kamera und mit dem Bild zerreißen. Also weil blöd ist er ja nicht. Nee, das ist er definitiv nicht. Ja, und das ist ja auch die zweite Theorie, die ich habe, weswegen er sich auch betrinken könnte, dass das alles nur Teil der Inszenierung ist gegenüber Caleb für den Test. Das heißt, dass er ihm damit diese Freiräume lässt, ohne dass Caleb weiß, dass er sie hat. Ja, dann war er aber doof. Also weil dann hat er ... Dann hat er ... Naja, also wenn du das unterstellst, dann hat er seinen Plan nicht besonders gut ausgearbeitet. Weil dann hätte er ja irgendwie sicherstellen müssen, mitzukriegen, was Caleb da jetzt macht. Das stimmt, das merkt er ja nicht, weil das kriegt er ja auch wirklich nicht mit. Aber das merkt er ja auch dann später, dass er dann einen ziemlich dummen Fehler gemacht hat. Ja. Ja. Also ich glaube nicht, dass er das Besaufen da so gezielt einsetzt. Okay. Definitiv am nächsten Tag lässt er es aber dann ja bleiben, weil dann hat er ja gemerkt, was abgeht. Genau, weil er dann ja über die Kameras mitgehört hat beim letzten Stromausfall, hat er ja jedes Wort mithören können, was die anderen beiden eben geteilt haben. Genau, weil in dem letzten Gespräch hat ja Ava und Caleb einen Plan geschmiedet, wie sie rauskommen können. Also vor allem Ava, Caleb kann ja sowieso morgen raus, weil die Woche ist um. Und sie wollen jetzt eben nachts diesen Stromausfall simulieren, weil das macht ja offensichtlich Ava. Das hat sie ihm ja schon erzählt, dass sie das kann. Und Caleb sagt ihr dann, dass er dann eine Routine schreibt, damit dann eben die Türen aufgehen und nicht zugehen. Ja. Und was wir gesehen haben tatsächlich als Zuschauer ist, dass er das aber an dem Tag davor schon gemacht hat. Es wird nicht wirklich erklärt, aber er hat zumindest an dem Tag davor schon was am Programm geändert. Und das weiß aber Nathan nicht. Ich habe das am Anfang auch nicht verstanden, dass er das schon gemacht hat, bis er es sagt. Aber zumindest hat man das schon gesehen. Ich dachte, du hättest jede einzelne Programmzeile da gelesen und hättest sofort gewusst, was er gemacht hat. Habe ich tatsächlich auch, weil das der Jan gepostet hat in unserem Chat. Der ist ja heute nicht da. Aber der hat dieses Bild gepostet, was das für eine Programmzeile ist. Und das ist ganz blöder Python-Code. Das ist das sogenannte Sieb des Eratosthenes. Das ist eine Möglichkeit, um Primzahlen zu ermitteln. Also das ist eine Fingerübung für Informatik-Schüler. Sehr großartig. Ich dachte beim ersten Mal, dass er da einfach nur seine Keycard upgradet, damit er überall den Zugriff hat. Das wäre auch schlau gewesen. Er hätte ja nicht jedes Mal die andere nehmen. Das war meine Vermutung beim ersten Mal. Dann hätten sie einfach rausgehen können. Stimmt. Aber ich denke vielleicht auch manchmal zu einfach. Nicht in Hollywood-Maßstäben. Ja, meine Filme werden immer noch 20 Minuten lang. Alle würden einfach immer die logischste Variante wählen. Ja klar, machen wir so. Cool, gewonnen. Ja, geil, Abspann. Gut, dann zum letzten Tag, nachdem es diese letzte Sitzung gab. Ähm, denn da verabschiedet sich morgens Caleb von von Nathan und ja, Nathan spielt erst so ein bisschen den Unbekümmerten. Wie sich aber gleich herausstellt, hat er diesen ganzen Plan mit gesehen über über Kameras und konfrontiert dann Caleb damit auch. Genau. Zeigt die mir dann auch in diesem Video, ähm, wie er quasi die Kamera vor ihren Augen angebracht hat, aber sie ja halt einfach nicht gerafft haben. Mhm. Mit der Ablenkung, dann bringen sie ja wieder dieses Beispiel mit dem Magier und, äh, seiner hübschen Assistentin, die ja nur dafür da ist, um quasi, ähm, die Zuschauer davon abzulenken, was der Magier gerade tut. Ja. Und das hat genau in dem Moment auch funktioniert, weil, ja, alle haben quasi geguckt, was Ava macht und er konnte einfach im Hintergrund die Kamera an die Wand klatschen. Also ich hab auch, wo er das jetzt erklärt hat, nicht gesehen, dass er dann eine Kamera hingepackt hat, aber, na gut. Naja, das war die, die Hand hinter der Wand. Genau, ja. Genau, man sieht halt, wie er ein schwarzes Objekt in der Hand hat und diese Hand dann quasi so eine, ja, als würde es so an die Wand tappen, bup, als würde es da einfach dran kleben. Es war ja auch mehr wahrscheinlich der Mikrofone wegen und weniger des Bildes wegen. Mhm. Naja, auf jeden Fall, ähm, erkennt dann Caleb auch, dass der ganze Test ja jetzt offensichtlich gar nicht darum ging, Ava zu testen, sondern dass Ava ihn testet. Genau, aber eigentlich, aber so gesehen ja auch, also ähnliches Ergebnis war. Es werden ja beide, Nathan testet ja beide, weil Ava wird ja schon auch getestet. Ja, genau, und ob er quasi auf sie reagiert und ihr helfen möchte, sie befreien möchte, weil er halt über ihre KI hinaus die Person dahinter sieht, obwohl er weiß, dass sie eine KI ist. Das ist ja genau das, was sie am Anfang gesagt haben. Und, äh, da fühlt sich dann ja Caleb sehr ertappt und dumm erst mal, dass, ähm, dass er ihm das jetzt alles präsentiert. Und, ähm, da reibt er dann Nathan dann aber auch direkt unter die Nase, haha, aber ich bin doch nicht so dumm, weil ich hab nämlich das, was ich angekündigt hab, gestern schon gemacht. Dieses Programm umschreiben. Ja. Und das, finde ich, ist so eine Szene, da merkt man, dass Nathan jetzt, da geht's jetzt nicht um irgendeinen Ego-Battle, ab, ab da geht's nicht mehr für ihn da drum, dass es jetzt irgendwie ein intellektuelles Spiel ist, sondern er merkt, oh scheiße, jetzt die Kacke am Dampfen. Genau, dann sieht er, dann geht der Strom ja aus, er sagt, oh, es ist wohl schon 10 Uhr, weil um 10 Uhr sollte halt eine große Befreiungsaktion starten. Ja. Ja, und dann, genau, und dann sieht er aber auf dem Monitor dummerweise, nachdem der Strom wieder da ist oder der Notsturm eingeschaltet ist, ähm, dass Ava aus ihrem Raum gegangen ist und jetzt quasi frei auf den Flur tritt. Genau. Und er versucht gar nicht mehr Caleb irgendwie Vorwürfe zu machen oder so, der weiß, er muss jetzt irgendwas tun, weil, oh oh, shit hits the fan. Ja, macht er einen tatsächlich sehr schönen Schlag auf die Nase von Caleb, fand ich echt schön, wie einfach aus, damit hab ich nicht gerechnet, wie einfach aus dem Stadt, und Caleb einfach wie so ein Sack Reiß umfällt. Ja, und dann nimmt er sich so eine Handel, ist ja, ist ja aber auch ein krasses, also, ja, der trainiert ja auch immer. Dann nimmt er sich ja so eine Handel, äh, als Waffe sozusagen, dann mit, macht die Gewichte ab. Lässt dann die Gewichte fallen, quasi drei Zentimeter neben Nathans Kopf auf den Boden, wo ich mir dann auch dachte, oh, ja, und dann geht er raus und, äh, ja, trifft dann auf, ne, trifft er erst auf Kyoko? Ne, er sieht dann erst mal, wie die beiden sich unterhalten. Beide, stimmt. Und sie umprogrammiert oder halt beeinflusst wird. Ja. Genau. Und dann rennt ja, ähm, Ava auf ihn zu. Ja. Und versucht. Springt ihn an. Springt ihn an und er schlägt ihr dann, glaub ich, die Hand ab mit diesem Gewicht. Ja, sie ringen so ein bisschen, aber er schafft es dann irgendwie, sie tatsächlich nach unten zu drücken, was auch schon eine Leistung ist, muss man ja sagen. Und er schlägt dir dann einen Arm ab, genau. Ja. Und dann wird er aber von hinten erdolcht, so ganz langsam. Ja, eigentlich läuft er in das Messer. Ja, genau, so ganz, ganz langsam. Ja, das war auch eklig, muss ich sagen. Ja, aber fand ich eine gute Inszenierung, dass es nicht so ein, also die hat ja da nicht so zugestochen, wie ein Mensch da zugestochen hätte, sondern Kyoko kommt ja einfach hin und schiebt ihm halt so das Messer in den Rücken. Genau. Und dann von vorne danach auch nochmal. Oder macht es dann Ava? Das macht Ava. Das macht Ava. Aber auch so lange. Genauso in der gleichen Erwägung. Also sie schiebt ihm ja das Messer rein und er, er schlägt ja dann Kyoko. Mhm. Genau, und dann greift sich Ava ja das Messer und schiebt es ihm nochmal von vorne rein. Und dreht es auch nochmal so schön. Oh ja. Ah. Das war sehr eklig, absolut eklig. Ja. Ja. Okay, kurz, merk dir, was du sagen wolltest? Wir haben nämlich noch was Ekliges vergessen, denn in der Nacht davor oder in zwei Nächte davor ist ja Caleb schon so weit, dass er glaubt, er sei vielleicht selbst ein Androide und schneidet sich ja dann so auch den Arm auf. Das ist die Nacht davor, weil er sagt ja am nächsten Morgen, oh Mann, was habe ich heute Nacht für eine Scheiße gesehen. Ja, das fand ich aber auch eine gefährliche Stelle, um sowas auszuprobieren. Ja, ich hätte vielleicht auch an einer anderen Stelle geschnitten und auch nicht, auch nicht längs runter. Ja, also das war schon unnötig gefährlich. Ja. Ja, er hätte ja auch einfach mal gucken können, ob er vielleicht durchsichtig irgendwo ist. Kleiner Fun-Fact da noch, seine Rasier-Cremedose ist eine Barbasol-Dose, also die Marke, die auch in Jurassic Park genutzt wurde, um die Embryos zu schmuggeln. Okay. Also das ist wahrscheinlich wirklich ein Easter Egg oder was? Ich gehe mal davon auf. Weil er ja auch den Embryo sozusagen schmuggelt. Man muss aber sagen, also das ist eine gängige Marke in den USA. Als ich da war, habe ich die auch in jedem Laden stehen, diese Barbasol-Dosen, aber die sind halt wirklich, man verbindet die einfach mit Jurassic Park. Aber das ist wahrscheinlich auch der Sinn dahinter gewesen, dass man damals eine Marke nimmt, die jeder zu Hause hatte. Weil da guckt der Zoll wahrscheinlich nicht so genau hin. Oder es war einfach Product Placement. Das kann auch sein. Aber schön, dass es die Marke übrigens immer noch gibt. Okay, Phil, hast du vergessen, was du sagen wolltest? Nee. Gut. Also ja, zweimal, aber es ist mir zweimal wieder eingefallen. Ich fand es dann auch nochmal ganz nett, so die letzten Momente von Nathan, also wie er dann so das Messer da in der Brust hat und den Gang entlang läuft, ist er völlig ungläubig. Stimmt. Was da gerade passiert ist, oder? Murmelt ja vor sich, ihn so, nee, ist gerade, was ist hier denn gerade passiert, bis er dann irgendwann doch noch zusammenbricht. Ja. War bis zum Ende von sich überzeugt. Mhm. Ja. Ist ja so ein bisschen die Frankenstein-Story. Also Frankenstein ist ja der Erfinder vom Monster und nicht das Monster. Er hat sich sozusagen das Monster geschaffen, was ihn dann tötet. Ja, das ist ja aber, also gerade, wenn es um so künstliche Intelligenzfilme geht. Ist das ja immer so, genau. Das ist ja immer zentrales. Stimmt. War quasi die erste künstliche Intelligenz. Ja. Ja. Ja, und dann wandert sie ja langsam durch das Haus, also Ava, sonst wandert ja niemand mehr, und bewegt sie so langsam Richtung Ausgang und dann kommt sie ja auch an der Tür vorbei, an der Caleb eingesperrt ist, weil sie hat ihn ja, oder er ist ja quasi in dem Raum oder in dem Hausbereich eingesperrt, wo sie vorher gelebt hat. Ja, genau. Und wo auch diese alten Modelle sind. Genau. In Kyokos Zimmer. Und halt auch, wo Nathan gelebt hat, wo sein Kontrollraum ist. Ja. Dann geht sie ja zu ihm, sie quatschen drei, vier Sekunden und dann sagt sie ja, ich will hier warten. Sie sagt, bleibst du hier als Frage irgendwie, das ist komisch gewesen, fand ich. Ja, als Frage fand ich das auch komisch. Also, da habe ich auch nicht verstanden, warum das ist eine Frage. Nein. Ja, die fragt auch auf Englisch und sagt nicht, sagt nicht, du bleibst jetzt hier. Okay, ich hätte gedacht, sie sagt einfach, warte hier, weil sie geht ja dann in den Raum mit den anderen, mit den geparkten Androiden und rüstet sich quasi auf. Sieht sich an, genau, richtig. Nimmt da mal einen Arm, also sie tauscht da ihren kaputten Arm aus mit dem Arm eines anderen Androiden und dann nimmt sie halt dieses Kunstfleisch und legt sich das an, um halt ihre Roboter-Teile zu bedecken und nimmt dann auch Klamotten und eine Perücke und, ja, geht dann halt raus, verschließt aber hinter sich direkt die Tür. Genau, und hier spätestens jetzt wird ja wieder klar, dass auch das wieder eine völlige Drehung ist, der Geschichte, denn sie hat ja ganz offensichtlich Caleb die ganze Zeit ausgenutzt. Ja, genau. Weil er schreit ja dann auch und hämmert gegen die Tür, weil er ja nicht mehr rauskommt. Was man von außen überhaupt nicht hört. Ja, sie guckt ihn ja nur kurz an, ohne irgendeine Regung zu zeigen und verlässt dann das Haus in Richtung Freiheit. Naja, also was heißt ohne irgendeine Regung zu zeigen? Sie guckt schon ganz am Ende, bevor die Tür zugeht, guckt sie nochmal rüber zu ihm. Also vielleicht war es auch wirklich eine Frage, ob er hier bleibt und sie hat die ganze Zeit... Auf die Antwort gewartet. Naja, sie hat keine Antwort gegeben. Nein, aber vielleicht war die Frage auch eher an sich selbst und sie hat die ganze Zeit überlegt, ob er jetzt hier bleibt und hat sich dann am Ende entschieden, ja, alleine ist schöner. Ja, und dann sieht man noch, wie sie draußen in der Sonne ist zum ersten Mal und ja, zum Hubschrauber geht, der ja eigentlich Caleb abholen sollte. Aber das ist dem Piloten anscheinend egal und er fliegt halt mit ihr los. Der stellt keine Fragen bei solchen exzentrischen Auftraggebern. Nee, wahrscheinlich wirklich nicht. Ja, und dann sieht man Caleb ja noch, wie er versucht, sich zu befreien, indem er mit dem Stuhl gegen die Tür schlägt. Aber das ist offensichtlich eine Sicherheitstür, sonst würde sie keinerlei Sinn ergeben in dieser Situation. Und ja, er kommt halt nicht raus. Das heißt, er wird jetzt hier wahrscheinlich verhungern. Ja. Oder er war ja, glaube ich... Also, weil Vorräte scheint es ja schon einige zu geben und irgendwelche regelmäßigen Versorgungspflege. Aber ist ja die Frage, war er denn auch in dem Bereich eingesperrt, wo auch Küche und so war? Wo sie sind, genau. Oder war er jetzt quasi im Arbeitsbereich eingesperrt? Ich glaube, der war in dem Privatbereich, wo er ja eigentlich nicht rein durfte ohne die Karte. Ja, das ist wirklich für ihn ein bisschen ungünstig. Ja. Also, im Zweifel hat sie ihn zum Sterben zurückgelassen. Mhm. Ja. Naja, gut. Ich meine, da ist ja noch Caleb, also Nathan, ein paar Tage überlebt er ja schon noch. Nee, Nathan liegt ja im Flur. Oh, no. Selbst das gönnt sie ihm nicht. Nathan und Kyoko liegen im Flur beide. Das ist hinter der Glastür. Das stimmt. Ja, und dann ganz am Ende steht sie ja auf so einer, weiß ich gar nicht, ob wir darüber, ob wir das erwähnt haben, dass sie sich mit Caleb ja irgendwann darüber unterhalten hat, dass ich so gerne mal an so einer ganz belebten Straßenkreuzung wäre, um Menschen zu beobachten. Und das macht sie ja dann am Ende. Genau. Steht einfach da und guckt sich die Leute an. Auch ganz interessant, gefilmt über Kopf. Man sieht ja so die... Man spielt ja mit dem Schatten dann, genau. Ja, ja, ja. Und dann ist der Film zu Ende. Mhm. Und es gibt auch keine After-Credit-Szene, die irgendwie nochmal was auflösen sollte oder sowas. Finde ich auch gut. Ja, ja, finde ich auch super, aber... Ja, der ganze Film ist ja wenig. Aber heutzutage muss man damit einfach rechnen. Ist ja wenig, definitiv. Mhm. Mhm. Bei denen man halt eben nicht eindeutig sagen kann. Ja. Das war ganz bestimmt so oder so, sondern wo man mehrere Sichtweisen gut verargumentieren kann. Ach so, vielleicht noch einen Punkt, weil du eben schon gesagt hast, sie guckt sich dieses Bild an. Das war ja so ein... Ach, ich glaube, der heißt Jason Pollock, der Maler, der ist irgendwie so in Trance und lässt einfach, malt einfach irgendwie, wie die Hand gerade führt. Und da geht's ja auch so, ähm, dass wenn er gewusst hätte, was er tut, das sagen, das bereden sie ja zum ersten Mal, wenn sie vor dem Bild stehen, dann sagt ja Caleb, dann hätte er keinen einzigen Pinselstrich gemalt. Und dann sagt Nathan, ähm, ja. Nathan, exactly. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen in die Richtung, wie, wie Nathan arbeitet. Und daraus kann man sich dann vielleicht auch so, ähm, auch so, ähm, interpretieren, warum er die Sachen so erschafft, wie er sie geschaffen hat. Weil er es so in seinem, wie soll man sagen, Wahn nicht, aber so, so wie es halt kommt, macht. Mhm. Aber, aber da war ja schon auch ein wichtiger Punkt bei dem Bild, dass es eben nicht völliger Zufall ist. Also, dass so ein, so ein Mittelding ist zwischen 100 Prozent dem Plan folgen und gar keinen Plan haben, sondern so ein, so ein, weiß ich nicht, mit dem Flow gehen und gucken, gucken, was passiert. Aber es ist halt auch nicht völlig random. Ja, das fiel mir nur gerade auf, das könnte man ja so auf seine Arbeitsweise dann auch übertragen. Mhm. Also, weil wir ja eben uns gefragt haben, wieso er bestimmte Entscheidungen getroffen hat. Ja, hat vielleicht manchmal auch einfach Dinge ausprobiert. Na gut. Ich weiß nicht, habt ihr euch dieses kurze YouTube-Video noch angeguckt? Das habe ich noch geschafft. Das hast du noch geschafft. Du auch, Ben? Mhm, nee. Verdammt. Also, das können wir ja verlinken. Es gibt da ein YouTube-Video und der hat noch eine Metadimension sozusagen zu dem Film dazu gebracht und hat gesagt, Okay. Ähm, man kann ja jetzt zum einen, was nach dem Ende des Schauens des Films deutlich wird, man kann jetzt überlegen, wer testet denn jetzt hier eigentlich wen? Ähm, und hat die ganze Zeit Eva das, ähm, gemacht? Und wir haben ja eben schon gesagt, wenn man das dann erstmal weiß alles, dann sind diese Dinge auch ganz eindeutig sichtbar. Deswegen sage ich auch, ich habe den Film dann, äh, als ich den das erste Mal gesehen habe, direkt nochmal gesehen. So ähnlich wie so wie bei Sixth Sense. Das ist nicht ganz so deutlich, aber um rauszufinden, ähm, kann man denn tatsächlich die ganze Zeit merken, dass Eva ihn zum Beispiel manipuliert. Und dann sieht man eben auch, dass Kyoko die ganze Zeit schon als, als Androide angelegt ist oder sein könnte. Und dieses Video gibt dann aber nochmal so eine Metadimension rein, dass dieser ganze Film auch als Meta, als, äh, Turing-Test, ähm, gesehen werden kann für den Zuschauer. Also ob der Zuschauer denn, ähm, auf welcher Seite denn der Zuschauer letztendlich steht? Steht der Zuschauer letztendlich auf der Seite von Eva oder steht der Zuschauer auf der Seite von Nathan? Ja, oder eher Caleb. Oder Caleb, ja. Also je nachdem, eine von den dreien. Und, äh, je nachdem, ob man den Zuschauer, ob der Zuschauer auf der Seite von Eva ist, äh, ist der Turing-Test sozusagen auch von dieser Seite dann bestanden. Genau. Wenn man sich freut am Ende, dass das Entkommen ist. Genau. Und wie war das bei dir, Ben? Ähm, also ich, das Ende hat mich beim ersten Mal tatsächlich überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie ihn quasi zurücklässt. Ähm, aber ich bin bei sowas ohnehin eher auf der Seite der KI, muss ich sagen, weil ich, äh, weiß ich nicht. Ich, für mich persönlich ist das kein Unterschied, ob das jetzt in einem Computer berechnet wird oder ob das Gehirn quasi die Berechnungen übernimmt und von Enzymen oder beziehungsweise von, von, von irgendwelchen Körper, Körperfunktionen beeinflusst wird, was ihm letztendlich auch nichts anderes ist, weil auch das Gehirn greift quasi nur auf eine Programmierung zurück. Von daher, wie gesagt, für mich ist KI und Bewusstsein, mach ich da keinen großen Unterschied. Von daher war ich sehr froh darüber, dass sie rausgekommen ist. Ich fand es nur schade, dass sie ihn zurückgelassen hat. Ja, okay, also ich war, bin mir ziemlich sicher, ich war beim ersten Mal dann zwischendurch schon auf der Seite von Ava, weil sie, also weil sie dann ja auch aufgebaut hat, dass Nathan, Nathan nicht das ist, was er sagt und nicht, äh, Caleb's Freund ist. Die baut das ja immer weiter so auf, aber dann am Ende war ich überhaupt nicht mehr auf der Seite von Ava, nachdem sie dann Nathan erstochen hat und Caleb zurückgelassen hat. Und bei dir, Phil? Ich, ich war auch jetzt wieder auf ihrer Seite, so. Also ich finde das trotzdem, ich finde das auch gut, dass sie, dass sie Caleb zurücklässt, weil es eben genau diese, diese Eindeutigkeit dann wieder rausnimmt. Und das halt eben doch wieder offen ist, wie, wie empathisch sie ist und ob sie vielleicht nur berechnend gemacht hat. Ob, ob, ob sie am Ende doch nur jetzt vielleicht noch, noch komplexerer, ähm, Roboter ist. Also weil, wenn sie, wenn sie Caleb jetzt mitgenommen hätte, weil das ist jetzt ihr Freund und die leben irgendwie glücklich, dann, dann wäre es halt wieder eindeutig gewesen. Und das ist eben nochmal so ein Punkt, wie der, wie der Film, das die ganze Zeit macht, dass man sich, man kann jetzt beides, beides gut, gut begründen. Du meintest ja auch eben, sie hat dann doch nochmal zu ihm hingeblickt. Ja, aber sie hat ihn halt trotzdem dagelassen. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ich meine ja, aber deswegen macht es das wieder nicht eindeutig. War es jetzt alles berechnend oder hat sie dann doch nochmal so kurz gezögert? Ja, vielleicht hat sie ja, ja, vielleicht hat sie ja ein schlechtes Gewissen. Genau. Aber, aber hat entschieden, ich muss das jetzt trotzdem so machen, weil sonst komme ich hier nicht vorweg oder, oder der verrät mich oder was auch. Also die, das, das sind ja alles so Sachen, die, die sein könnten. Ja. Aber um Nathan tut es mir auf jeden Fall gar nicht leid. Den finde ich, also ich finde das. Ich finde es gut gespielt, aber ich finde den durch und durch unsympathischen Charakter. Ich bin am Ende voll auf der Seite von Nathan. Nathan? Echt? Also wenn Caleb noch, aber den, den finde ich ja gar nicht. Okay. Haben wir noch irgendwas vergessen? Also ich habe nichts Schlaues mehr in der Hinterhand. Nö. Ja, ich kann, ich kann nochmal sagen, ich beim, als ich den Film zum ersten Mal gesehen hatte, habe ich mir tatsächlich am nächsten Tag nochmal angeguckt. Und das sage ich auch immer, wenn ich jemandem über den Film erzähle, das ist so ein Film, den kann man sich einfach zweimal angucken. Ja. Weil am Ende fragt man sich dann doch, ist das alles jetzt so, wie ich es mir beim ersten Mal gedacht habe, ist es beim zweiten Mal dann auch noch so. Und es könnte aber sein, dass je öfter man ihn ansieht, funktioniert er vielleicht dann auch nicht mehr so gut. Aber das ist ja mit Sicherheit bei Sixth Sense oder so auch so. Ja. Also ich, bei mir war jetzt einige Zeit dazwischen und ich war wieder voll dabei, muss ich sagen. Ich habe mich zwar an sehr viel erinnert und ich wusste auch noch, wie er ausgeht. Aber ich fand ihn wieder toll. Bei mir hat er funktioniert. Ja, bei mir hat er auch funktioniert. Ich habe dann auch zum ersten Mal diesmal, glaube ich, auf Deutsch geguckt. Aber habe ich jetzt auch nichts Negatives sozusagen. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch irgendwas Schlaues in meinen Notizen stehen habe. Hier steht nur was mit Technikethik. Es geht um Technikethik. Das haben wir irgendwie aber schon besprochen. Also philosophische Fragen nach dem Ursprung des Bewusstseins mit moralischen Problemen im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Hat es mal Zylon gesagt? Glaube, genau. Glaube, das haben wir aber irgendwie mehrfach durchgekaut. Dann steht hier noch, was sind die Grenzen zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz? Das haben wir auch besprochen. Können wir jetzt auch nicht abschließend klären. Nee. Auch merkwürdig, wenn wir das jetzt können. Nee, ich wollte jetzt auch nicht die Frage beantworten, sondern ob wir das Thema angerissen haben, haben wir aber. Turing-Test haben wir auch. Über Computerspiel haben wir auch geredet. Ja, dann sind wir durch. Bewerten wir, oder? Ja, gerne. Ich dachte, das hätten wir gerade gemacht, aber... Achso, nee, ich dachte tatsächlich eindeutig. Achso, nee, Nummern oder so haben wir... In computergeeigneten Zahlen. Im Puls-Seller machen wir keine Nummern. Genau. Fand ihn toll. Ich find ihn auch immer wieder toll, weil er halt so Dinge offen lässt. Das mag ich. Ja, und ich find ihn auch halt auch von... Ich sag jetzt nicht nur von der Story her, sondern auch von der Macht her gefällt dir mir sehr gut. Du wirst auch nicht zugeschissen mit irgendwelchen Lensflay-Effekten oder so. Das muss man ja wirklich mal positiv herausnehmen. Auch generell finde ich, wie du gesagt hast, das Kammerspiel echt gut gemacht. Die haben damit relativ wenig... Haben die unglaublich viel erreicht, auch beim Zuschauer. Also auch was die Lichtverhältnisse angeht. Weil das habe ich, glaube ich, bei Wikipedia in einem Eintrag gelesen oder so. Sie haben tatsächlich auch größtenteils Glühbirnen benutzt, um eben nicht diesen LED-Sci-Fi-Lichteffekt-Hascherei zu bekommen, den man sonst so kennt aus solchen Filmen. Dass da irgendwelche Hightech-Labors mit LEDs ausgestrahlt werden, das zum geht nicht mehr. Sondern sie haben tatsächlich bewusst Glühbirnen benutzt, um diese warmen Töne zu erzeugen im Licht und in den Farben. Und das fand ich, das sah echt toll aus. Ja, und wie gesagt, beste Special-Effekts, Oskar. Ja. Obwohl die halt nicht aufdringlich sind. Schön, dass die das alles Live-Action gedreht haben. Das ist immer praktisch, glaube ich. Das ist wahrscheinlich für die Schauspieler vor allem praktisch. Ja, ja, genau. Inzwischen ist man ja wieder dann da, wie das Mandalorian macht, dass man diese Green-Screens auch nicht mehr braucht, weil man diese Leinwände hat. Die sind so geil, ganz ehrlich. Wenn du dieses Making-of bei Disney Plus guckst und sie stehen da in dieser Kugel quasi und diese Leinwand um sie rum dann die Bilder abspielt, das sieht so großartig aus. Haben wir inzwischen dann auch schon andere Serien gemacht. Also das setzt sich wahrscheinlich durch. Ja, es sieht auch einfach besser aus, als wenn die Leute vor einem Green-Screen stehen und dann da reinkopiert werden. Ja, aber haben wir hier nicht gebraucht. Kein Green-Screen. Richtig. Alles echt. Alles im Hotel gedreht. Genau. Zwischen Frühstück und Abendessen. Okay. Phil, noch? Ja. Noch irgendwas? Ja. Gut. Dann macht's gut, liebe Leute. Nee, das war schlecht. Wie beenden wir das Ganze jetzt? Wir fordern gleiche Rechte für KIs. Okay, gleiche Rechte für KIs, damit KIs und VIs gleichberechtigt sind. Nein, 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 nein. KIs und Menschen. Ach so. Oh Mann, Künstliche Intelligenzen sind Menschen. Ben sichert sich schon mal ab, wenn die KI ja die Herrschaft übernimmt. Wenn die die Macht übernehmen, wäre ich gerne fest. Bist du einer von der Künstlichen Intelligenzen sind Tools. Ich bin derjenige, der euch verrät. Okay. Dann bin ich derjenige, der alle 40 Jahre auf das Schiff geht und guckt, ob sie wiedergekommen sind. Vergiss dein Handtuch nicht. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.